Hallo, ich möchte Sie heute zum Weltkinderbuchtag in unsere kleine Bücherei der integrativen Kita im Theresienheim Saarbrücken recht herzlich einladen. Hier in unserer Bücherei können die Kinder, die Fachkräfte, aber auch Familien in den Geschichten stöbern, die von Vielfalt und viel Gefühl handeln. Hier werden Gefühle wahr und erlebbar und so manche Wut wird sogar in Stücke gerissen. Oh! Oh! Oh!